So, nächster Teil, ähm, ja, wir spielen jetzt weiter, ist jetzt fast schon Nacht geworden, Till, man braucht noch einen Moment, bis er die, äh, Videodatei fertig hat. Dann nimmt über Camp Daisy auf. Und, ähm, ja, und wir gucken jetzt mal, dass Nacht wird. Ja. Und ich gucke jetzt mal, wie ich wieder an meinem Werk hochkomme. Weil Captain Niveau-Lost ist auch dabei. Ja, genau. Genau. Aldo Huber aka Niveau-Loses Gaming Forever. Nein, Captain Niveau-Lost, das hört sich cool an. Captain Niveau-Lost, jajajaja. Finde ich schon. Du bist Captain im Verein der Schwanz-Lutscher. Nein, ich bin Captain Niveau-Lost. Diesen Titel will ich dir noch lassen. Ach, danke. Ja, gern geschehen. Ich sehe auch so aus, dass auch nicht so ausgehen. Ja, aber wir nennen unsere Folge Captain Niveau-Lost. Genau, das ist der beste Vorschlag des Tages von Till, man. Was denn? Benennung unserer Folge zu Captain Niveau-Lost. Ja, Captain Niveau-Lost, strike again. Ja. Oh, bei mir ist grad ne Mondfinsternis. Bei dir ist gleich auch ne Mondfinsternis. So, alle bitte in ihrem Bettchen. Ich darf nicht laufen. Ja, dann geh mal eben runter vom Server, solange. Kleiner Tipp am Rande, oder kein Tipp, eher gesagt, eine Information. Der Server wird, da spielen auch ein paar andere Leute drauf. Aber in der Regel nie so. So, Huber, ab ins Bett mit dir. Oh ja, klar. Auf was vom Server spielen noch andere Leute drauf? Auf dem hier. So, jetzt ab ins Bett. Wer denn? Der Typ da. Es ist hell. Mön. Wer drauf kommt dann? So. Jetzt müsste ich mal aber langsam wieder was essen. Ja, bitte. 31%. 32%. So, Swabber, du ist wieder da. Wenn Minecraft so ne Realität wäre, das wäre ja eigentlich ziemlich cool. Aber nur das größte Problem wäre... Mama, guck mal, ob ich vielleicht... Man müsste die ganze Zeit so jede 100 Meter was essen. Du musst gleich auch jede 100 Meter was essen. Ja, klar. So, ich habe jetzt 12 Tonnen Holz. Ich muss mir jetzt erstmal eine Truhe machen. Ich glaube, mein Haus ist vielleicht groß genug. Holz zu groß. Du brauchst schon ein Haus? Äh, also... Ein Schlupfloch. Ein Schlupfloch. Ja. Ja, da, wo er sein... Ich habe es jetzt ein riesiges Camp erstellt. Ja, ja. So, gucken mal. Ja, das passt. Ich baue das einfach nach und nach aus. Tillma, wo bist denn du jetzt? Nein, ich seh dich. Da oben, ich spring hier. Hinter dir. Ich seh dich nicht. Ach, da oben. Jetzt seh ich dich. Unten im Lager steht ne Truhe. Da kannst du nicht bedienen. Da kannst du die Erde rein tun. Kannst du kurz hochkommen, weil ich darf ja noch nicht gehen. Ah, ja, ich komme jetzt sofort. Schreif. Infektionsprozent habe ich. Mein Handy lag. Ja, perfekt. Das stimmt allerdings. Nee, bei mir. Ich bin wieder so ein Pro-Bauer. Ich bin mir sicher, wir reden von zwei völlig anderen Dingen, aber... Ja, ich glaube auch. Hörst du das? Ah, schön, dass YouTube das alles erfährt. Ja. Möchte irgendjemand auf seine persönliche Adresse reinschreiben oder so? Ja, ähm, Tom wohnt bei, äh, Lutschihausen 23. Er freut sich auf jede Art von Besuch. Huber, Huber, ich bin nicht der Nachbar. Ja, was denn? Captain Niveau los strikes again. Ich werde ihn jetzt die ganze Zeit bringen. Da bleibst du immer noch Niveau los. Huber, keine Sorge, du bist auf einem guten Weg. Mhm. Was? Ja, genau. Oh Gott, mein Dach. Ja, und ich habe ein bisschen viel Holz, aber keine Idee, wie ich es einsetzen soll. Äh. Ich sag nicht, ich soll was bauen. Dann werde ich überfordern mit der Idee. Äh, wie wär's mit... Du redest nicht mehr. Tut mir leid. Okay. Ich hab's mit dem Weg. Ich hab's mit dem Weg. Ich hab's mit dem Weg. Der Timmer weiß welche Gruppe. Achso. Ja, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Platz hier bereinigt. Ich glaube ich bauen wir aus diesem schönen Schwarzholz, da habe ich die besten Reserven für. Ah, das brauche ich. Daraus baue ich was. Ja, das ist nicht schlimm. Hier hinter meiner Hütte habe ich einen ganzen Urwald davon. Ja, dann komme ich dich mal besuchen. Nee, davon habe ich ja noch was. Ja. Das sollte gehen. Fällt hier irgendein spontanes Thema ein? Gut, dass wir uns vorbereitet haben. Wieso hast du in deinem Drive gestehen, macht YouTube wieder zu YouTube? Weil Google Plus Scheiße ist. Das hast du von mir gepopiert, oder? Das hat der dich gerade gefragt. Achso, tut mir leid. Ich habe verstanden. Wieso hast du? Ja, der hat dich gefragt. Wieso hast du? Ja, ja. Ich habe das aber so verstanden, dass der dich gefragt hat. Okay, Hubert, nächstes Thema. Du bist super, also entweder du antwortest hier. Also das, was ich da gemacht habe. Okay, reden wir über unsere PCs. Na, bloß nicht. Ja, meiner ist der beste, gut. Fertig. Kennt ihr mal das Spiel Anno 1905 oder so? Ich. Oder 1509? 1504, glaube ich. Ich glaube, 1509. In dem Spiel könnt ihr sehen, wenn ihr das ganze Spiel durch habt, da seht ihr, wie mein PC generiert wird. Und das ist halt noch das Originalmodell, was ich benutze. Um meinen PC angemessen, sagen wir es nur so, angemessen zu sein, Ja, ja. Nur halt nicht jetzt. Müsst ihr ungefähr die ganze Minecraft-Fade in die Luft der Gedanken, bricht mein PC ab. Ungefähr so. Überhaupt nicht übertrieben. Wenn, Hubert, soll ich dir gleich mal den Link schicken von meinem neuen PC, dann ist meiner der Beste. Wenn wir sehen. Das sagt er, der am wenigsten aufnimmt. Ja, der, der Thema muss dann immer für uns beide aufnehmen. Genau, Tilman muss dann hochladen. Ja, dann ist der... Ja, mit der schlechtesten Internetleitung, ne? Ihr seid auch... Du hast doch eh nicht zu tun. Ja, Tilman, ich kann auch ein bisschen von dir hochladen. Bei mir geht das auch. Aber nur ein bisschen, weil das ist... Nicht zu viel. Okay. Ja, dann haben wir noch... Also ich bin Captain Nivolos, Torben ist mal... Torben ist der Lulatsch und der Tilman ist der... Nein, Torben ist der Aslak. Der Lulatsch, Aslak. So nennen wir den jetzt. Der Aslak Lulatsch. Aslak Lulatsch, so geht's auch. Ähm, Tom, wo bist du? Sag mal mal Kohlenarten. Oh Gott. Ähm... X minus 539, Y 80, Z 1 379. 39? 1 379. 539. Richtig? Hä? Weckenbaum. Dann musst du da... Ich hab das vollständig gesagt, dass der Baum fliegt, Tilman. Im Baum. Ich hab gedacht, der da hinten. 39? Ich glaube, ich hab dich gerade gesehen über. Ich hab gehört, das kann gut passieren. Ich bau's erstmal so voll die... An die Nubbüte. Warum hast du da eigentlich so ein riesen Krater reingesagt? Ne, also ich glaub glaub ich in die falsche Richtung. Da lang. Da lang ist es ungefähr Torben. Ich hab keine fucking Axt mehr, jetzt weiß ich... Was war noch mal Y? Y ist egal. 80. Ist aber nur die Tiefe. Wird Lars, oder der Huber, Torben je finden. Das seht ihr in der nächsten Folge von Minecraft Noobs. Minecraft Armageddon, ey. Jetzt denken die wirklich scheiße, die Folge hört schon auf. Nein, natürlich nicht. Die denken nicht scheiße, die Folge hört schon auf. Die denken, ah, endlich, die Folge hört auf. Ich glaub ich war da oben, wo der Baum steht. Ja, gut, ich bin da. Hallo. Boah, Spaß. Darf mir doch ein bisschen was leihen, oder? Nein. Wo meinst du, sind denn die ganzen Sachen? Was für die ganzen Sachen? Die, äh, Bäume. Die Bäume, da musst du über den Berg rüber gehen. Okay. Das verdammt viel von dem Zeug. Welchen Berg? Den Berg unter dessen Ecke ich baue. Also da lang. In die Richtung, da, dahin. Okay, ich glaub ich hab die Leberichtbau, ich glaub ich vergleichste die ganze Decke mit Holz. Ah, der fliegende Baum. Dann baue ich mir so eine unterirdische Basis. Das könnte auch, das könnte gerne werden. Ja, der fliegende Baum, der ist ja schon legendär. Klar. Oh, wieso hab ich die ganze Zeit diese Dings... Ich glaub da mach ich nachher so ein Schild dran. Schon Generationen pilgerten zum fliegenden Baum. Echt mal, Joch? Völlig unnötig. Ja, ich hab's das Richtige gefunden. Wo wir grad beim Thema Niveaulos waren vorhin, ne? Captain Niveaulos! Habt ihr das gehört? Was? Was? Dass ich gesagt hab, könnt ihr mal auch rumzuschneiden. Entschuldigung. Dass du gefolgt hast? Nein, hab ich nicht gehört. Nein, ich hab gesagt, ich meine, ob ihr das gehört habt. Captain Niveaulos. Wir haben dich schon gehört. Oh, jetzt halt die Schnauze mit deinem Captain Niveaulos, du. Äh, ich muss Niveaulos bleiben. Du Brillen-Kind. Echt? Der ist voll die Brillenschlange. Du trägst immer Brille. Echt? Ich trag ne Brille, ich hab Kontaktlinsen. Ja, die hast du. Wow. So anders. Ja, die sieht man wenigstens ein bisschen weg dazu. Sie sind noch toll. Ja, der, 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 der Tester der neuen Google, äh, Google hier. Google Brille. Nein, die haben jetzt noch was Neueres rausgebracht. Ist grade in der Produktion. Hier, Google, äh, Kontaktlinsen, genau. Google Bilder. Ja. Naja. Nein, diese Kontaktlinsen sollen Diabetiker helfen und noch, äh, vielen anderen Leuten. Voll krank, Alter. Till, wenn der Bruch gleich gar nicht mehr reinsteigen. Stimmt. Die Folge ist gleich vorbei. Die Folge ist gleich vorbei. Da hat er fertig gerendert. Ja, nein. Mein Petition wird wenigstens nicht abwehren. Nein, das ist ein Land, ne? Ähm. C-Consor-Strike. Ähm. Ich würd sagen, du wurdest grade gedisst. Apropos, hat der, hat der Zimmer das eigentlich auch aufgenommen? Nein. Ne, ne. Gut. Ich spende jetzt das jetzt gleich mit dem Bauen, dann glaub ich, bin jetzt zurück und dann, ja. Perfekt. Ja, gib mal Gas, hier ist bald schon Nacht. Mhm. Ich glaub, ich bebaue das jetzt hier erstmal alles voll, weil ich ja auch schon wieder, muss ich, also ich glaub, jetzt am nächsten Morgen muss ich glaub ich schon wieder Holz holen gehen, wenn ich jetzt die Nacht durchbauen kann. Mhm. Weil ich alles aus dem Schwarzholz baue. Das sieht eigentlich auch ziemlich schön aus. Gefällt mir. Siehst du überhaupt, was ich baue? Äh, ne. Ich mein, das Holz. Hahaha. Das war jetzt, das war jetzt geil. Das muss ich dir lassen. Ah. Du kannst ruhig gestehen, dass du ihn auch so geil findest. Ne. Ganz sicherlich nicht. Ne, das sieht auch... ...etwas aus. Ne, ja, komm. Das Leben muss noch hineinversetzt werden, hallo. Ja, du bist so dumm, Alter. Ich bin am Holz hacken und du springst mitten rein. So wie der typisch Huber. Ja. Die Menschen kennen mich nicht in Real Life. In Real Life bin ich voll der Badass. Ich wünsch dich, ich wär auch so einer. Echt? In Real Life ist der Huber einer, der die ganze Zeit nur über One Piece, äh, nicht über One Piece, sondern über Dragon Ball und so spricht. Und dann auf dem Schulhof rum, auf dem Schulhof rumhacken und dann so, ähm, Dragon Ball und so, genau. Ja, das bin ich. Ja. Und der versucht sich immer selbst einzu, ne? Ja. Ja. Oh scheiße. Wir hören hier nicht so viele. Ähm, ja, ihr wisst schon Sachen nennen, weil sonst wird das Video gesperrt. Haben wir ja nicht. Wir haben das ja ver-mhnt. 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 Also ich bin... Bereit. Wofür? Wenn du Lust hast. また, eh, die ihr standsit hast. Das war zweideufig... Das... Das hört sich jetzt griffas? Das hört sich jetzt perverse an. Gut. Bestimmt auch koala, und es gibt was auch sonst. Das Schiff von kApp levo, Luhers. Ja, schön. Wir ver-enden die Folge oder Tom? Ich weiß nicht. Wie viel waren wir? Ähm", 16 Minuten schon länger. Ja, da kann man, ein bisschen- Da kann man auf zehn Minuten noch mit starsch rumhauen. Nee, ich brauch dann einfach eine eigene Folge gleich. Okay, und dann... wir können dass ich noch ein bisschen was aufnehmen, ein Spätzchen? Okay, das ist die beste Idee dieses Tages. Ich will im Bett. Ich auch. Der Mann. Also ich nicht mehr. Stroh, Lars. Tillmann. Achso. Das nicht mehr. Der verlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen für diese Folge. Ich hoffe, ich schadet es bei der nächsten Folge ein. Warum hast du noch was zu sagen? Das ist zu dumm. Wir machen noch nicht los. Echt nicht? Nein. Okay. Der will euch loswerden. Merkt ihr das? Scheiße, jetzt muss es ganz gut saft werden, ey. Weiß doch. Tellmann, du bist so ein Opfer, ey. Mit deinem scheiß Camtasia. Na und trotzdem, die machen das wenigstens alles vernünftig nicht so gut. Gut, dann spie ich halt jetzt halt noch so mit. Na komm, noch die letzten 10 Minuten, die gehen ja auch noch. Ja, glaub dir egal. Ich glaub nicht, dass sich das irgendwann irgendjemand anguckt. Na auch. Auf jeden Fall. Ja stimmt, wenn du der Mama Bescheid zeigst, dann guck dich nicht da rein. Na klar. Ja, wir müssen erstmal natürlich hier Kronk und Sarah zeigen die Tags schreiben und Millionen Leute werden sich das angucken, wie die Kiddies das machen. Ich würde sagen, bei 100 Abonnenten werden wir ein... Bei 100 Abonnenten? Sagen wir mal bei 100 Klicks. Nein, sagen wir mal bei 10 Abonnenten werden wir ein Nacktfoto vom Lars zeigen. Danach haben wir nur noch einen und das bist du. Ne. Ich hab den Kanal gar nicht abonniert. Ich auch nicht. Dann hast du ihn abonniert. Schmoll. Ich bin alleine. Achso, ne stimmt, dann hat er den abonniert. Ja. Okay, gut. Ach, Huber, du hast jetzt... Wie ist er aber nicht? Siehste, jetzt brüllt keiner von Captain Nivolos. Ja, Captain Nivolos muss schon Nivolos sein. No. Muss er nicht mehr, das reicht völlig. Ich glaube, ich werd so einen Stempel basteln, wo Captain Nivolos... Ich hoffe, mein Mikro ist so laut, dass es alles, was ihr sagt, einfach übertönt. Das kann sogar wirklich sein. Dann lacht ich euch aus. Hab mal eineinhalb Stunden aufgenommen, alles nutzlos. Ja, nja, 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 Thorfen redet drüber. Nein, ich hab jetzt hier 20 Minuten lang gar nichts gemacht, weil ich nichts machen durfte und jetzt sie... Wir werden dich früher oder später sowieso überholen, weil ich denk mal der Huber deck... Also zumindest ich und Huber, wir haben Zeit, jeden Tag eine Folge hiervon hochzuladen... oder zumindest zu machen und auch... Ich kann ja, aber ich kann ja vier Stunden folgen oder so hochladen. Achso, ja klar, du und vier Stunden folgen hochladen. Ja. Wenn du dein PC vier Tage am Stück hochladen lässt, ja. Und wir reden noch nicht vom Rendern. Vom Rendern ist mein PC besser als deiner, oder? Ja, weil dein PC ein bisschen nass... Ja, meiner... Ah, schön. Meiner kackt wenigstens nicht ab beim Rendern. Okay. Meiner ist auch nicht abgekackt. Meiner hat sich nur entschlossen stehen zu bleiben. Das ist ein Unterschied. Ne, der will jetzt Hartz IV machen. Will nix mehr arbeiten. Ich bin fertig. Käpt'n dir wohl aus? Ja. Oh Huber, kannst mir gefallen tun. Keine Schnauze halten. Fast. Ich hätte mich jetzt ein bisschen anders ausgedeugt, aber... So grob... Ich höre? Die kleinen Kinder hören auch zu. Was willst du sagen? Ich glaub, nach diesem Video hat der Huber sechs Abonnenten weniger. Und zwar nur noch ein und zwar sich selbst. Seine Schwester und seine Mama abonnieren ihn weiterhin. Ja, klar. Meine Mutter kommt dann zu... zu deinem Mutter und sagt, aber nur den... der braucht das. Okay, gut. Deiner Mutter könnt' ich dir sogar noch zutrauen, ey. Ja, ja. Ja, Hubers Mutter, die geile Sau, ey. Was weiß nicht wohl los. Der da möchte ich jetzt nicht... Ich will da jetzt nicht drüber sprechen. Ich will da jetzt nicht drüber sprechen. Bitte nicht. Ha, 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 ha. Äh, gut. Schön. Hat irgendeiner noch, ich sag mal so, äh, 236 Erde rumliegen, die er mir geben möchte? Ja, nein. Jetzt haben wir schon die 20 Minuten Marke erreicht. Wir machen aber noch weiter, wenn man Haus zu Ende bauen. Ich auch. Wie viel... Wie viel... Wie viel hab ich? Okay, das sollte mit dem reichen. Also, wir bauen noch das Haus zu Ende. Und dann sind wir fertig. Okay, dann können wir noch vier Stunden aufnehmen. Ja. Extra für dich, der Name. Ja, zumindest... Ja, okay, bis du dein Haus fertig hast. Nö, ich bin... Nicht du. Achso. Ja, ich bin fertig eigentlich. Ja, ich... Warum willst du da noch länger auf, ne, du Vollpfosten? Ich warte zu lange auf euch. Mein Haus ist jetzt fertig. Du bist zu großzügig. Wirklich. Klar. Bam, 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 bam. Du hast fast ne ganze Rüstung. Ja, ich hab Eisen, aber... Wie, du hast fast ne ganze Rüstung? Nein, hab ich nicht. Ich darf zuhause liegen. Ja, zuhause hab ich mehrere Diamantrüstungen. Ich auch. Alter, du wohnst bei mir. Nein. Ach ja, wo? In der Wüstenstadt. In der Wüstenstadt? Hast du auch keine Diamantrüstungen? Doch. Nein, stimmt. Bobben? Hm, von wegen. Hast du... Ne, warte, stimmt ja. Das ist meine Natur. Was? 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 Wollst du einen Fehler sagen? Was wolltest du sagen? Erstmal hohe Stimme bekommen. Gut. Hört sich bestimmt voll behindert an. Denk dran, ne? Wenn du irgendwas Schlechtes über mich in den Kommentaren schreibst, ey, dann hätt ich dir hier Al Capone auf dem Hals. Ja, klar. Ich freu mich schon. Ja, klar. Dazu darf ich jetzt echt nichts sagen, sonst wird dieses Video gesperrt. Ja. Und dann macht Julien das Blockbuster rüber. Das war so ne Analyse. Nein. Ich suche ein bisschen Sand. Ja, mach das im Gebirge. Viel Spaß. Ja. Ich bin auch... Ich lebe auch gar nicht so nah dran. Tilma, mach doch mal eben so einen Teleporter zu unseren alten Städten. Dann werden die Burgen hier deutlich schneller fertig. Ist wahr. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Wüstenstadt haben wir, glaube ich, drei Kisten fast voller Sandstein. Nein, nicht mehr. Ja. Da habe ich auch viel von in die neue getan. Also drei Kisten voller Sand und Stein. Nicht nur Sandstein. Ja, genau. Ich brauche mal mit einer Schaufel Holz abkommen. Du hast es drauf. Dazu gebe ich keinen Kommentar. Ist vermutlich auch besser so, weil du die Ironie in diesem Satz überhaupt nicht verstanden hast. Ja. Wohlmöglich. Wer weiß. Ja, klar. Ja. Bist du dumm? Ja, klar. Ja, klar. Wohlmöglich. Vielleicht. Gibst du auf den Strich? Ja, klar. Wohlmöglich. Okay. Wie ist dein Pornoname? Lydia. Okay, jetzt übertreibst nicht. Niveau. Captain Niveau. Gib mal ein. Keine Ahnung. Auf YouPorn oder so. Huber Porn oder so. Wenn du das gesehen hast. Keine Schleichwerbung machen. Wenn du... Robert und Tom, ich möchte dich deine Pornos angucken. Vor allem meine. Ich weiß, dass du Klicks suchst, aber nicht von mir. Danke, nein. 100% Niveau hier bei diesen Folgen, ey. Ohne Spaß. Du sagst doch alle 20 Sekunden Captain Niveau los, ey. Nein. Ich glaube, ich schreibe unten in die Videobeschreibung. Bloß nicht angucken. Huber ist dabei. Niveau los. Indie kommt in die Tags Captain Niveau los. Ja, was denn? Das ist voll mein Spitzname, Junge. Ich habe zumindest ein Spitzname jetzt. Okay, dann gehen wir nach dem Praktikum in die Schule. Ey, Captain Niveau los, was geht. Hätte ich nichts dagegen. Ich habe nicht genug Erde. Völlig überraschend. Ich nenne sowieso nur alle Huber. Warum? Hä? Nicht du. Du interessierst keinen. Warum hat er keine Erde mehr, wollte ich wissen? Du kannst keine Erde haben. Weil ich gerade alles wieder verbaue, damit ich meine Plattform hinkriege. Sagen wir so bei 30 Minuten machen wir einen Cut. Wieviel haben wir? 29? 25, 26, so gerade. So mäßig. Oh fuck, Alter. Ich brauche noch mehr. Ich glaube, hier war schon mal einer. Bis ich die Bude fertig habe? Was weiß ich, wo du bist? Nein, weil... Es hier fliegt... Es fliegen zwei Steine und doch irgendein... Ich glaube, Erde. Das ist Generative. Welt-Generation. Niemals. Doch. Da wäre das ja total der Bug. Nein, das ist kein Bug, das ist so. Ich hab... Ich hab die ganze Zeit den Bug, dass ich was baue und auf einmal ist der Block wieder da. Und dann geht er mal weg. Ne, ne, das ist hier so ein Ping-Problem, glaube ich. Ja, erstmal mit der Axt Sand abbauen. So gehört sich das. Hast du schon mal von Schaufeln gehört? Naja, die ist mir kaputt gegangen. Dann sollte ich auch auf jeden Fall eine Axt nehmen. Ich stelle mir das gerade vor, wie an einem Schrandstil mit einer Axt in den Boden hauen. Ja, klar, Junge. Alle mit einer Schaufel Steine abbauen. Das ist das einzige realistische, was ich mir vielleicht noch in irgendeiner Weise vorstellen könnte. Ja, klar. Hast du noch nie hier das Ende geguckt? Huber, weißt du, ich hab im VOS, hab ich mal geschrieben, dass ich ein todsicheres Antivirenprogramm kenne. Okay. Soll ich dir sagen, wie das aussieht? Ja. Nix installieren, wo du einen Tipp drauf gibst. Haha. 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 Okay. Verstehe ich nicht. Haha. Der ist doch doof, ne? Tja, Huber, bei dem wird zwar auch Niveau dabei. Haha. Sech? Ne, hab ich nicht gemerkt. Ich bin da viel zu viel Niveaulos. Ich glaube, der feiert sich da jetzt richtig drauf, dass wir den Spitzenhandel von anderen enden. Ja, klar, ja. Ich bin voll geil irgendwie. Der rubbelt sich da gleich schon drauf. Ah. Jetzt bist du Captain Niveaulos. Ne. Nicht Captain, Captain. Ich hab nur schwarzen Humor. Captain. Du hast schwarzen Humor, Tillmann. Du. Ja, du auch nicht. Ja klar. Ja. Ja. Wegen mir ist der Lehrer am rumheulen, dass er mir ne Woche Vorweis geben soll. Haha. Sag aber nicht warum, ansonsten wird das Video echt gesperrt. Haha. Also der Torben. Ja. Sehr interessant. Sehr interessant. Erzähl weiter. Der hat dem Lehrer einfach auf den Tisch geschissen. Der Torben, der hat was gekritzelt und mehr sag ich jetzt nicht. Ja. Und wenn du nach dem Praktikum erleben wolltest. Was kann man auch so schlimmes kritzeln? Jetzt überleg mal. Hm. Da fällt mir ja nichts ein. Lehrer ist ein Hurensohn. Kommt drauf an. Welcher? Ja, ähm. Ab jetzt endlich die Information. Huber. Ja. Nein, darfst du nicht sagen. Herr G. Herr G. Von der Wipperflitter Straße. Haha. Alter. Ja, der G. Weg der die Schule. Echt? Ja. Wir sind alle total traurig. Und ich werde mich auf jeden Fall... Wenn er geht, stelle ich mich, glaube ich, mit so einer... Wie heißt sie denn? Äh. Äh. Schildern? Nein, nicht mit einem Schild. Ja, mit einem Schild. Äh. Mit einem Schild. Ich werde alle Vorwarn, die da wohnen. Die, die, die auf dieser Schule sind. Direkt ein Beilatsbrief. Achtung, Herr G. kommt auf eure Schule. Pff. Pff. Amokläufe bitte erst danach durchführen. Hahaha. Hahaha. Okay, jetzt... Für diesen Ehren ist es total nett. So, wer hat hier schwarzen Humor? Wer? Pff. Ich glaube, er hat dich dominiert. Das ist doch wahr. Ja, der Huber, der Tom, der dominiert auch so jeden. So sind halt, so sind halt Teenager. Seine Mutter Beispiel. Ja. Keine Mutter. Huber, so sind halt Teenager, die brauchen immer was zu knallen. Hahaha. Scheiße. Okay, wir haben die 30 Minuten. Okay, auf Wiedersehen und... Die Folge ist genügend Niveau los. Auf Wiedersehen und... Mein Beiler hat dann alle, die sich da sein geguckt haben. Scheiße, ey. Okay, wir sehen uns dann. So, Suizidversuche bitte erst nach dem, ihr auf den Abonnenten und auf den Daumen-Abo gedrückt habt. Ja. Und in diesem Sinne, bis ins nächste Video. Und nicht vergessen, immer schön teilen, eurer Katze, euer Mund, eure Mutter, eurer Toten Oma. Irgendwo hab ich den Spruch schon mal gehört. Herr Tutorial, äh... Spikes again. Wieso Herr Tutorial? Bist du gay oder so? Okay, komm. Ja, komm, jetzt. Ja, komm, in 10 Sekunden. Okay, 10, 9, 8, 6, 2, 1 bis... Ja, aber tschüss. Okay, jetzt sind 5. Dann... Und tschüss. Okay, tschüss.